Musik Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play, äh, Hexplay Let's Play Hexplay Hört sich cool an, ne? Ja, äh, ich bin immer noch in der Aufnahme von der ersten Folge und hier blässigt mich eine Spinne für alle, die es noch nicht wissen äh, Hexplay ist ein neues Projekt beziehungsweise ein fortgesetztes Together-Projekt von Beastplay das leider beendet wurde um, ja, Hexplay zu spielen und ich bin gerade dabei so ein wenig aufzuholen hier weil ich ungefähr eineinhalb bis zwei Wochen ähm, hinter den anderen Leuten gejoint bin da ich nicht, äh, zu Hause war und ich dann erst erfahren habe, dass, äh, Beastplay beendet wurde und so weiter und so fort Ja, ähm, hm jetzt, äh, wo ist mein Crafting Table? Stell ich jetzt trotzdem erstmal hier so an den Eingang und, äh, eher, ne? Ja, eher Mhm Okay, wir haben ja noch Steine Dann werde ich mir jetzt, glaube ich, erstmal einen Schwer... Steinwerkzeuggriff Okay Ich brauche erst einmal ein paar von den Stickys, ne? Ja, ähm, für alle Neulinge Ich kenne mich mit Hexit so gut wie gar nicht aus Eichensetzung, okay Und ich werde jetzt erst einmal ganz normal anfangen Ähm Ja, wie Minecraft auch, ne? Sachen bauen, bla bla Und, äh, ja Vielleicht sollte ich mir auch nochmal eine Schaufel machen Schaufel, 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 so Und ich habe das Spex, äh, Texture Pack drin, ne? Da ich kein anderes gefunden habe und ich weiß nicht so Standard Ich, äh, ich war hin und her gerissen ob ich Standard nehmen sollte Aber ich weiß es noch nicht Keine Ahnung So Ja, ähm Ich sollte mich ja erstmal auf einen Raum konzentrieren und zwar hier hinten Und irgendwie leckt es, oder? Ein wenig Ich weiß nicht, was ich da falsch eingestellt habe Ähm Okay, das haben wir schon umgestellt Vielleicht sollte ich auf Short spielen Gucken, ob das irgendwie was dran tut Aber eigentlich, guck mal hier 60 Frames Ist das doch schon ganz gut So Ich hau jetzt erstmal alles hier raus In der Hoffnung Ich finde mal Eisen Oder Dias Sind ja nicht so selten Aber diese Spinne lässt einfach nicht locker Mann, oh Blödes Viech Ja 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 Ja, die ganze Decke Äh, da Muss ich mich nochmal mit befassen Wie inwieweit Wie hoch die wird Ich hab da noch keine Vorstellung Was ich hier überhaupt mache Ist alles spontan So So Erstmal alles weg hier Weg, 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 weg So Vielleicht sollte ich mir auch mal Dings besorgen Äh Hier kommt erstmal Holz rein Das weiß ich Und das gefällt mir auch nicht Äh, ich glaube die Stufen müssen doch ein höher, oder? Ich muss mal eben gucken Ne Oh Gott Machen wir so fertig Okay, ähm Ne, das ist ungünstig so Hm Okay Dann machen wir hier Und zwar machen wir Hier so den Kistenraum, denke ich War ich ein Kistenraum? Ja Ja, ein Kistenraum Hm Musst du mal kurz gucken Äh Wie hoch der werden soll Und so Weil viel Platz Nach viel Platz sieht da nicht aus, ne? Lassst du dich hier nach unten gehen? Ja, endlich bist du tot Meine Fresse Endlich Endlich ist sie tot Die Spinne So Äh Ich hab immer noch zwei Kisten Ja, ich geh jetzt einfach mal Hier runter, oder so Soll ich? Oder soll ich hier runter gehen? Ne, komm Geh hier runter, so So Dann machen wir noch eine Runde Ja Ja Und dann Haben wir schon keine Treppen mehr Und hier geht's natürlich dann Auch runter So Dann machen wir die Weg Äh Ich bin grad verwirrt Okay Die müssen weg Ja, okay, okay Die zwei So Da kommt hier vielleicht Sowas wie Guck mal, hier haben wir schon Lapis Ja, Redstone hole ich mir später Irgendwie hört man die Musik Gar nicht, oder? Lapis Keine Ahnung, was man Lapis Craften kann, aber Sollte ich vielleicht mal gucken So, ich hoffe Ihr könnt die Musik jetzt hören Genauso gut wie ich So, okay Jetzt sind mal ein paar Treppen Äh, ja Genau So So Acht Treppen Ist ja nicht grad viel, ne So, okay Machen wir hier runter So Auf was hab ich mich hier eingelassen Okay, machen wir erstmal den Kistenraum Und dann müssen wir hier mal gucken Was wir hier machen Fackel Äh, so Okay Machen wir das Äh, warte So Hier müssen wir noch weiter runter gehen Beziehungsweise machen hier Holz So Ich weiß ja nicht, ob ich alles aus dem Mammutholz machen soll Ist irgendwie ja blöd, oder? Das kann man ja später noch ändern Vielleicht sollte ich erstmal mit Dings lassen Mit Holz Äh, mit Was schon? Mit Stein Ich mach das mal kurz wieder weg hier Machen wir hier erstmal normalen Stein rein So Ditte kommt weg hier Bis Hier Kommt Holz So Kommt hier wieder Stein So Ich glaub so weit runter Müssen wir da gar nicht mal So Eins, zwei, drei Ich glaub vier oder so reichen Und ne Fackel wär nicht schlecht So So Gerade zwei Treppen Ach okay Das passt ja gut Dann machen wir hier Holz rein Da wo die Fackel hängt Natürlich Genau Machen wir so im Bayernstil Mit dem Holz und dem Stein Ne Und dann kommt hier der Kistraum rein Weil ich es kann Genau So Und dann nehmen wir mal ein anderes Holz hier Ich weiß noch nicht was für ein Holz Aber Mal sehen Die Spitzhacke gibt auch bald den Geist auf So Ja Ja Genau so sollte es sein So Äh Hier oben ist es aber auch ganz schön duster So Da war ich mal eben noch eine neue Axt Äh Quatsch Nicht Axt Ähm Spitzhacke Aber ich sollte mir auch ein paar Stickies erstmal machen So Das hätten Ach Mensch So Und ich müsste mich echt mal Dran machen Äh Dings zu finden Dings zu finden Vor allem Dings Ja Jeder weiß ich Jeder weiß was ich meine Ich will hier erstmal meine erste Kiste hinpacken Damit hier ein bisschen Ordnung hier ist Äh Fail Okay was haben wir denn noch für Holz hier Eichenholz Sollen wir Eichenholz nehmen Ach komm Nun war Eichenholz Okay Dann werde ich mir erstmal draußen Ich brauche erstmal Food Der Damals Der Karate Obwohl die wollte ich anpflanzen Oder es will Bären Die sind glaube ich Einen Hungerpunkt Haben wir denn die Pflanzen davon Ja Ja genau So hat gerade gereicht Und ich kann Auf in den Kampf sagen Äh Nö Nichts gefunden Okay ich wollte mal kurz hier eins testen Und zwar diese Pflanzen Ich denke mal die wachsen Und haben dann irgendwie was mit Drinnen Guck da hinten ist schon mal Sand Oh da ist ein Spawner Äh da gehe ich erstmal nicht ein Bäh Okay ähm Was wollte ich jetzt Eichen ne Eiche 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 Okay äh Gehe ich mal in die Richtung Vielleicht Eiche Mal gucken Was hier noch so los ist Auf meinen Berg so Gehe mal auf den Berg hier Mal gucken Was hier los ist Nichts Okay Was sind das für Pflanzen Orchidee Okay Ähm So Ah guck hier Hier kriegt man nämlich Herzen Und hier Uh Scheint Nichts zu sein Okay Leer raus Es ist dunkel Äh Ab nach Hause Ähm Achso ich hab noch Kein Bett ne Hm Ich glaub ich hab ein Eichensetzling Den werde ich jetzt einfach mal in Vor meinem Haus Pflanzen Und das sieht gefährlich aus Hier runter zu gehen So Ähm Eichensetzling Sehr Dann kann der erstmal hier wachsen So Äh ne Mammutbaum brauchen wir nicht Äh Okay Okay Dann werde ich trotzdem schon mal Die Kiste Platzieren Damit ich da was rein Stellen Kann Oder so Dann machen wir hier die Öfen hin Und hier so die Kisten Und zwar Zweierkisten Ja So Da Da hätten wir es Dann können wir hier oben Eigentlich Ähm Normale Stein Na So Hier Stein machen Finde ich So Mir kommt wieder das Das Holz hier Und so weiter Ja So Mal gucken Äh Wie hoch sein Muss das sein Äh So bis Bis hier so Das sieht gut aus So Das ist gut Oder auch nicht Keine Ahnung Okay Ähm Machen wir hier erstmal eine Kiste hin Zwei Kisten haben wir schon Beziehungsweise Ja Ihr wisst schon was ich meine So Da machen wir das ganze Holz rein Guck mal Wir haben doch noch Eichen Bäumchens hier So Na Noch eine Okay So Gar nicht mal schlecht Oder Wird gleich schlecht Ey Ähm Dann machen wir den noch weg Dann kommt hier auch Holz hin Dann war genug von dem Mammutholz Schade dass die Eichen setzen Irgendwo nicht so Aber die purzeln auch noch Keine Angst Äh So Und hier Genau Hier kommt auch noch Holz So Na Holz So Dann kann hier schon Hinten Ofen rein Und die Folge ist schon wieder zu Ende Krass Ich mach jetzt einfach mal ein bisschen länger Machen wir so acht Öfen oder so Ich hab ja gar noch Holz So Ich müsste mal gucken ob es hier Advanced Öfen gibt und so Furnace Ich hab da keine Ahnung Äh Ist das alles auf Deutsch Ofen Ah ok Es gibt nur ein Es gibt nur ein Fritos Erde Ok es gibt nur ein Ofen Gut Ähm Und Crafting Table ist Ähm Werkbank Genau Werkbank Werk Bank Äh Warte mal R Oder Was war das R oder T oder so Ne E Ah Scheiß drauf Da ist irgendwas Vor meiner Tür Ach das ist Schwein Ok Scheiß drauf Ok dann kommt hier Grünanlagen Denk ich mal Und hier oben Ne hier oben kommt Grünanlagen Da hab ich schon gerade eine Idee Wenn das denn überhaupt machbar ist So dann kommt hier Kann man durchgehen Ja das wird Hier ey Oh Gold gefunden Ey wenn Dias wäre nicht schlecht Oder Eisen Ach scheiß Redstone So ich guck mal kurz Äh Ich kann mal eben hier Hier kommt die Holz Ok Holzlinie So Ja jetzt fängt es auch noch zu regnen Ey Ok Ähm Mal gucken Hier Könnte das eigentlich schon Anfangen Hier kommt Erde hin Und Äh Was kommt denn hier Dahin Ach da kommt auch Holz Hin Ok Ah Ich hab da so Ne Idee Ok So Das sieht gut aus Gut 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 Das müssen wir hier aber auch noch machen Ich hasse Regen Jetzt muss man eben den Sound leiser stellen Oder so Äh Wo haben wir das Sound Nicht zu blöd Ja Ok Ich war gerade in das neue Neue Ähm Minecraft Oh Gewöhnt Scheint meine Höhle zu sein Vielleicht So Ok Sieht gut aus Sieht gut aus Sieht gut aus Und Äh Wo kommt das Da kommt das Grund zu hier Ne Ja Ok Es ist gewollt So Äh Und hier Ähm Ja Ich glaube Das wird nicht so Hinkommen Wie ich mir das gedacht Ok 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 Wie Ah ich hab ja unten mein Holz Ich hab ja gedacht schon Ich muss unbedingt ein Schaf finden So Ok Dann mach ich mal kurz hier ein Äh So Ja Oder auch nicht Muss eigentlich nicht Muss mal ein paar Zäune eben machen Äh So Zwei Das reicht nicht Äh So Ja Ähm So Dann haben wir da vier Zäune Und zwar kommt das dann So Natürlich Weiterführend Wieso eigentlich Zäune Das ist Schwachsinn Oder Ja Schwachsinn Ok Ja Schwachsinn Hm Da kommt einfach nur Holz drin Ja Fertig Ok Ähm Und hier Kann ich das schon so abbonnen Und hier kommen dann so Grünflächen So wie Weizen und so ein Zeug Hier kommt ein Holzweg Vielleicht sollte ich mich hier einfach mal durchbohren Gucken ob es ein Ende gibt Damit ich Bescheid weiß Oh Kohle Und das war's Guck eine Focke haben wir noch zu bieten Kann aber gleich neue machen Ja So Aber ich brauche trotz allem eine neue Spielzeit Ok Dann kommt hier Grünzeugs und so So Das gleiche wie hier vorne Und ich gucke mal auf den Time Ja Leute Es tut mir echt leid Aber wir müssen aufhören Ich kann nochmal kurz rauslucken Ob hier ein Mob ist oder so Oder mir ein paar Eichenbäume holen Äh Ja Axt hab ich Hui Hier vorne ist einer Den kann ich auch gleich wieder anpflanzen Was ist das denn hier Hm Ich dachte es wäre was Äh Und zwar gibt es hier auch schön Marble Das ist ein Eichenbäume Ok Dann kann ich den ja eigentlich neu pflanzen hier So Ey das ist ein geiler Mod Den liebe ich Hat hier nur ein Setz Äh Dreisätzung Ok Nichts gesagt So dann werde ich ihn gleich mal an Wieder anpflanzen hier Und hier ist Marble Den Marble will ich eigentlich haben Wenn ich denn eine Spitzhacke Spitzhacke hätte So erstmal hier hoch Äh So Zack Wenn ich hier gleich mal Äh Hier lang ne Ja Da vorne Nehme ich mit Brauche ich Guck Ist nachgewachsen Und es gibt immer Herzen Und sowas alle Ist voll cool Und werde ich hier gleich mal eben meine Bäumchen pflanzen So Und dann geht es auch schon weiter Beziehungsweise ich werde hier eben aufhören Dann würde ich sagen Danke fürs Zuschauen Und ich hoffe mal Dass wir dann nächste Folge Ein bisschen mehr Erkunden werden Und ja Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Mit Hexit Und da spinnt gerade irgendwas rum Die Anzeige Was soll's Und bis dann Ciao Ciao